Schönen guten Morgen am Spieltag. Heute fängt die Bundesliga richtig an, nachdem gestern ja bei den Bauern die DFB-Mafia wieder richtig zugeschlagen hat. Heute spielt der FC Schalke 04 in Wolfsburg und natürlich gehen drei Punkte an den FC Schalke 04 und ich werde das Ganze hier mal heute Morgen mit einem richtigen kleinen Auftakt versehen. Ich habe jetzt hier meine Hütte soweit eingerichtet und die Saisoneröffnung, die kann starten. Allerdings werden wir die heute hier nicht hier machen, sondern in Gelsenkirchen Bismarck am blau-weißen Partywaggon. Und da natürlich fernab von Strom und irgendwelchen Kabeln werden wir das Ganze genießen und uns das vielleicht eventuell über ein batteriebetriebenes Transistorradio anhören. Ich hoffe mal, dass da zwei oder drei Leute auch auftauchen werden. Ansonsten ist ja eh nie was los. Ich hoffe auch, dass der Regen nachlässt, denn der Poolbereich als solcher, der wird natürlich dann genutzt werden von den zwei bis drei Leuten. Und in dem Sinne wünsche ich allen Schalkern heute einen wirklich erfolgreichen Spieltag, wo immer ihr auch seid. Denn überall auf dieser Welt gibt es Schalker. Glück auf! Deine Trieb das Silber, der andere Trieb das Gold, doch den Schlag ohne Mächtelein bei der Nacht, doch den Schlag ohne Mächtelein bei der Nacht, sie freut sich vor Ort, sie freut sich vor Ort. Die Schlag ohne Mächtelein bei der Nacht, sie freut sich vor Ort, sie freut sich vor Ort, sie freut sich vor Ort, sie freut sich vor Ort.